Morgen Multica-Freunde! Heute ist, wie gesagt, der treffende Senske. Der Dicke hinter mir ist getankt. Ich habe noch mal alle Flüssigkeiten durchgeguckt und so weiter, alles schick und schön. Jetzt kann es losgehen. Das sind ungefähr 40 Kilometer, also mit Multica doch ein Stück zu fahren. Ich sammle jetzt noch schnell zwei Kumpels ein. Also ich sammle die ein, wir treffen uns und dann fahren wir zusammen rüber zum Treffen. Mal gucken, ob wir vielleicht noch zwischendurch ein paar Fahraufnahmen machen können. Wenn nicht, gut, sehen wir uns gleich beim Treffen wieder. So, jetzt sind wir angekommen. War ein ganz schöner Ritt, also 14 Kilometer, noch zwei, dreimal anhalten, zwischendurch. Also ich glaube, viel länger willst du mit Multica auch nicht fahren. Aber hat Spaß gemacht, alles super. Wir sind heilig angekommen. Wir sind heilig angekommen. Wir haben noch ein paar Treffen. Ist auch schon wirklich gut was los. Ich zeige euch das mal. Ich gehe natürlich mitten auf dem Acker. Ja, die ersten Trecker sind auch unterwegs. Und wenn man mal die Reihe lang guckt. Sind schon ein paar Multica da. Also ich denke, man wird ein lustiger Tag werden. Ich freue mich auf alle, die wir so sehen und treffen. Gucken, was die anderen Multica so sagen. Und dann kommen immer wieder mal ein paar kleine Videos. Geh es auch. so mutiger freunde wie man sieht auch schwere technik hier ja ja ist echt schön hier muss ich sagen haben sie echt viele versammelt und ich werde noch mal ein paar aufnahmen von ein bisschen höher machen also mal sieht was hier so alles am multi kass rumsteht werde noch mal zu den einzelnen multi kass gehen und gucken was da so anders ist oder nicht anders ist so wie gesagt echt immer durch wie viel multi kass sind 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 über 30 multi kass sind hier so echt schön war alles mal zu sehen die alte technik die leute kennenzulernen auf jeden fall alle cool drauf alle entspannt alle feiern sie dasselbe thema und jetzt machen wir noch ein paar videos von oben jetzt mal kleiner überblick von oben bin ich auf so ein aber das sind auf jeden fall großen anhänger mit tribüne um drauf geklettert und zeige ich jetzt mal das komplette feld schön mit wohnwagen welche angereist trecker w50 und hier die lange reihe an multi kass hüpfbock für die kurzen sind auch das ist auch dabei verpflegung alles dabei echt gut gemacht jungs echt respekt was ihr so auf gezogen habt finde ich voll geil so jetzt kletter ich mal hier wieder kletter ich mal wieder hier runter von meinem hohen ross und jemals immer die reihe lang die einzelne multi kass das hat auch noch mal überblick von hat noch ein bisschen im detail vielleicht gucken so die rundfahrt hat auch ein ende gefunden klettern sie alle wieder runter alle immer eingestaubt ihr seht da hinten noch hausmeister krause so jetzt gehen wir mal die reihe durch hier zeige ich euch mal von jedem so ein bisschen mal fangen wir mit dem ältesten denke ich hier auf dem platz an jedenfalls wird die multi kass betrifft und zwar so eine wunderschöne diesel ameise also echt schmuckstück muss man ja mal so sagen schön mit hänger hinter echt nett ich mein weit willst du nicht mitfahren denke ich weil 15 km h im stehen 50 kilometer naja da muss jeder für sich entscheiden so m25 mit molde hinten drauf auch schön hänger den was für 20.11 m25 hoch sehr schöne fahrzeug schön mit verkleidung an der seite werbung so wie sich das gehört 26 wieder ein 25 aber ich glaube ich brauche nicht sagen was jetzt für typen sind das seht da manche in einem ich sag mal gut gebrauchten zustand so wieder ein 25 ja dann siehst du halt manchmal unterschiedliche felgen ein teil je felgen zweiteilige felgen mal hier den unterschied hier sind die zweiteiligen felgen hier sind die einteiligen felgen auch echt schön restaurierte fahrzeuge dabei so mal hinten mit ein bisschen aufbau drauf und einer stütze falls man was lange transportieren will hier auch echt schönes stück mit diesen radlauf verbreiterung auch sehr sehr nett wirklich von vorne bis hinten durchgezogen in einem echt akkuraten zustand hier auch noch mal ein beispiel für diese ich mogel mich mal hier durch für diese ladehilfe gab es ja auch früher so ein paar stück von ne also auch mit hydraulik arme dran und die klappe klappt dann hier gerade runter fährt bis zum boden runter kann man mit schwere drauf rollen hochfahren und auf der ladefläche fahren auch sehr sehr nett so gehen wir die reihe weiter lang hier mal denn noch mal eine neuere ausführung auch mit kehrbesen vorne dran das ist das was dann mal aus den jungs hier ein geworden ist mal wieder in grün auch mit vorne aggregateträger dran mit rundum lichter so die jungs wollen wir mal nicht stören hier aber was mir jetzt mal auffällt sind wirklich auch echt viele in blau dabei ja muss man ja mal sagen schöne schöne fahrzeuge so hier haben wir mal wenn ich richtig gucke eine lange pritsche also nicht zum kippen sondern mit fester ladefläche hier auch wieder ein paar schöne exemplare vor allen dingen alle mit einem schönen hänger hinten dran echt schön was haben wir da hinten haben wir 1000 feuerwehrwagen denn noch zt und ein paar trecker alles dabei hier sieht man auch mal wieder wunderschön mit diesen ackerschlepper reifen sieht natürlich auch nett aus muss man halt immer für sich abwägen macht man das weil fahrkomfort auf der straße ist vielleicht nicht so wie mit den anderen rädern soweit haben wir hier hoch noch ich sag mal in einem gebrauchten zustand aber auch alles netten alles was fährt ist super multica so hier haben wir erinnern der hat man ein bisschen gewichtsersparnis aber alles was läuft ist super hier so ein bisschen die nva ausführung mit einem fetten bullenträger vorne dran auch echt schön kann man ich denke mal erst mal davon aussehen dass das alles eigenbau ist hier wirklich auch noch mal richtig schön nva ein bisschen vom weiten er ist wirklich in einem sehr schönen zustand muss man echt mal zugeben dasselbe daneben an normal mit einem fetten bullenträger vorne dran eine kleine ausführung hier haben wir dann halt auch mal mit ladekran so da haben wir enrico sein jütet stück mit schwalbe und hänger hinter muster mitnehmen natürlich auch richtig nettes gespannt und ja mein youtube stück aber ich glaube das kennt das schon so hier wollte ich euch natürlich auch noch mal zeigen schöne ausführung eines mercedes und zwar so klem moment hoch echt netten muss man mal sagen schön was sind mb 100 oder mike muss mal den besitzer kurz fragen wo sind der besitzer in mb 100 richtig da der besitzer schön mb 100 also muss man aber wirklich arbeit die wiese seine so umzubauen war also vor allen dingen mit doppelachse hinten und container brücke ist schon schon echt netten muss man ja mal so sagen oder was kannst du in lan stürzt dich drei tonnen darfst du auch so ich drehe uns mal ja genau also das ist ja wie gesagt der besitzer von dem wunderschönen mb 100 drei tonnen darfst du laden ok hätte ich jetzt nicht gedacht so von wegen okay also nicht so wie ich darf bis dreieinhalb tonnen fahren ja also wirklich schönes stück sieht man denke ich sehr sehr selten ich glaube sogar noch seltener als multi kaffee so jetzt um mal was hier noch mal ganz kurioset aufgetaucht ist und wunderschönes wie sagt man hovercraft aber ich glaube das ist nur so eine art trappe das denke ich rollt auf rädern weil sonst würde denke ich deutlich mehr staub entstehen aber auf jeden fall sehr sehr nett so hier ist ein sehr schönes modell eines tatras also ich gehe mal stark davon aus dass sie zum camper oder wohnmobil halt umgebaut wurde hinten drin echt schönes objekt sehr schön gemacht alles ich sag immer neuwertig aus ja hinten hast du schöne plattform oder immer feuerschale liegt auch hinten drauf ich denke man wird wohnmobil sein also wenn du damit irgendwo auf dem campingplatz fährst denke ich fällst das schon auf denke ich kann man nicht abstreiten so weit haben wir noch schönes ja w50 sind auch ein paar schöne vertreten auch hier der inne mit dem hänger und kofferaufbau hinten drauf sehr sehr schön denn noch mal w50 hochkippa ein bisschen technik um den platz denke ich zu begradieren da hinten auch noch mal ein schöner w50 auch kofferaufbau das ist natürlich auch noch mal eine nummer was einen reizen würde aber gut da brauchst du auch echt platz für technik für um das alles instand zu setzen oder instand zu halten schon mal ja sehr sehr schön ich denke ich hab das mal schon gesehen was hier so alles rum steht wie sagt findet echt schön hier gucken was der tag mal so bringt nachher kommt noch eine kleine ausfahrt und auch noch ein bisschen action betonwalze ziehen so jetzt noch mal eine kleine ausfahrt mit ganz wichtiger ladung mal kurz einen zwischenstopp machen und dann geht es auch gleich weiter wieder zurück zum platz alle in rei und glied einfach mal kurz jetzt weiter zurück zum nächsten mal ja wohl wieder freunde ist auf jeden fall noch mal gut was los geworden sind ganz schön viele leute hier sagt multikars habe ich euch füllen sind auch sehr sehr viele da und sonne scheint besser kann nie sein lecker eis habt auch einfach nur bomben jetzt kann das ein bisschen eskaliert nein übertrieben aber wir haben die jungs so eine kleine strecke aufgebaut ein bisschen erd aufgeschüttet eine kleine betonwalze und dann heißt multikar vor und wer am weitesten kommt hat gewonnen so das ist kategorie kuhnewaldmotor umgebaut zum wie nennt man sagt man traktor kollegen trecker und vor allem geilheit kuhnewaldmotor mit turbo lader auch echt geil nächste idee war so 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 Geil, mother. Geil, mother. Geil, mother. Geil, mother. So, wir werden jetzt die Heimreise antreten, noch ein bisschen Traktor-Multicar-Pulling geguckt. Also ich fahr da nicht durch, ich hab einfach viel zu viel Angst, wieder Geld ausgeben zu müssen, weil irgendwas kaputt geht. Aber Respekt an die Jungs, die das machen, einfach nur geil, Jungs. Jetzt zumal auf jeden Fall super geil von euch Jungs in Senske, ihr seid einfach nur spitze, super organisiert, alles top, alles bestens. Und wir werden uns jetzt langsam auf den Heimweg machen. So, wieder zu Hause angekommen, alle sicher, heile, trocken nach Hause gekommen, mein Multicar super gelaufen. Ich muss dazu sagen, das war heute die 40 Kilometer hin und zurück, die längste Fahrt, die er gemacht hat, seitdem ich ihn besitze, so am Stück an ehem Tag. Aber super tapfer durchgehalten, alles super, Herrigo, alles gut nach Hause gekommen, Zelle hoch mit seinem B1000. Ja, alles schick geklappt. Das heißt, Fazit von dem heutigen Tag, mega geil. Wirklich echt super viel Spaß gemacht. Viele Multicar-Serie sehen, viele andere Fahrzeuge gesehen, aber echt, echt ein super Tag. Da auch echt nochmal ein riesen Gruß an die Jungs aus Senske. Adda, ihr seid echt ein Top-Team. Ihr haltet zusammen, ihr stellt euch auf die Beine. Richtig geil, wirklich echt richtig dicke Lob. Was ich dazu auch nochmal loswerden möchte, ist, haben die Jungs mir auch gesagt, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe. Wer da wirklich Interesse daran hat, daran teilzunehmen, ich stelle unten im Anhang, Mann, wie sagt man denn jetzt? Ich bin durch von heute, entschuldigt mich. In der Beschreibung, so, in der Beschreibung setze ich auch nochmal meine Handynummer rin. Bitte jetzt nicht anrufen oder irgendwas, einfach per WhatsApp anschreiben, ich füge euch in die Gruppe hinzu. Bitte auch nur an Leute, die da wirklich Interesse dran haben. Wir helfen uns untereinander weiter, wenn man ihnen eine Frage hat, einfach rinschreiben, irgendeine Antwort ist bestimmt. Meistens hilft das, manchmal ist das nur Schwachsinn, aber auch das ist lustig. Ja, das ist so viel dazu. Und wenn es euch gefallen hat, folgt mich über jeden Daumen nach oben, über jeden Abonnenten, freut mich mega. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, dann jetzt hier zu Hause wieder weiter, ein bisschen nach Multica basteln und schrauben. Der Winter steht ja so gut wie vor der Tür. Das heißt, wieder ein bisschen aktiver Multica kümmern und das werden die nächsten Videos sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal und Tschüss!